Wir sind da irgendwie auf so einen LKW gesprungen. Mal gucken, wie es hier weitergeht, ja? Wir machen uns danach mal Gedanken, was wir danach machen wollen. Kommt euch das Spiel auch so laut vor? Es ist viel lauter als vorher. Hier kommt Action, ja? Klick, klick, klick. Gott sei Dank kommen die immer mit neuen LKWs. Scheiße, das Ding brennt. Kann ich hin? Oh oh. Ehrlich? Ehrlich? Alles klar, der Hänsel? Ja, das Fahrzeug da. Halt drauf. Festhalten. Schnell. Haha, ihr blöden Penner. Jetzt seid ihr dran. Oh Mist. Das haben die nie überlebt. Los jetzt. Warte. Passt wie früher, hm? Kannst du laut sagen. Und was jetzt? Wir gehen zu dem alten Kloster. Was sonst? Da ist Schäfer. Verdammt. Was ist los? Lazarewitsch hat ihn. Oh nein. Müsst du das schaffen? Aber sowas von. Tunkie war das cool gerade. Von LKW zu LKW hüpfen war cool. Jury war es. Aha. Jetzt ist es. Danke dir, Victor. Komm. Nicht schlecht. Das war der Jury. Jury. Nein, nein. Ich hab die Berge gemeint. Ehrlich. Okay, cool. Na also, anstatt es 2 ist schon mal Vieh und Mengen cooler als 1. Wer fehlt noch? Der letzte Truck ist nicht angekommen. Da ist Jury. Schalt die Augen offen. Schalt die Augen offen. Guck mal da. Geh mal nachgucken. Wie runtergefallen ist. Komm mal her. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Ja. Sessoma, ich grüße dich. Komm mal her, ja? Guck doch mal, was hier passiert ist. Richtig. Erlebt. Wie, da ist noch einer? Jetzt geht's los. Rude. Rude. Oh. Also, ich glaube, das Spiel ist irgendwie viel lauter als gestern. Also, ich höre gerade Geräusche in meinem Headset. Die habe ich vorher nicht gehört. Ah, nee, diese haben Brust für dich nicht. Burn down. Alter Falter, du. Du spinnst doch. Burn down hat 30 Euro gespendet und sagt, hier, für Last of Us. Mann, Mann, Mann. Unglaublich. Trotzdem danke für deinen Support, Mann. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Trotzdem danke dir, Burn down, Mann. Mann, Mann, Mann. Mit dem Dislike für Bro-Post hat er mich getroffen. Aber es muss auch ein Spiel sein, was mir gefällt. Eiskalt. Hier oben ist es kalt. Ich muss mich drauf, Adam. Wieder die Leiche. Er sieht die Leiche. Er sieht die Leiche. Ah, da herkommt's. Mein Gott, was macht der denn da? Ei. Oh nein. Was soll denn das? Soll ein Silent Kill werden. Oh. Erlebt. Immer noch mal. Hey, Robyn, ist das Eis kalt. Hey! Hier liegt eine Leiche. Ähm, nein, Kate Weasel. Hey, bin ich so gerne. Denn die ganzen Benachrichtigungen während ich streame, ist mal blöde. Kopelius, ich grüße dich. Da kommen sie. Entdeckung! 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 Er fuß! Gut! Da drüben ist ein Maschinengewehr! Ich zieh' ihn aus! ich weiß noch ich muss noch ein paar gegner hinter hinter deckung töten um um powerplay zu schlagen ich glaube liegen gerade waren falls um unsere lieblingswaffe ich hatte keineswegs vor darüber zu springen leute ich hatte keineswegs vor darüber zu springen mehr ab und gut gut umher die sangst haben sehr krass ja dieses geschütz das uns hier treffen kann und 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 hallo los weiter los los Na gut, gehen wir ins Maschinengewehr. Scheiße. Sehr gut. Los, weiter. Los, los. Was ist das Maschinengewehr? Ja. Ich würde ganz gerne permanent daran bleiben, aber diese Laser-Typen müssen zuerst sterben. Los, los. Was ist das Maschinengewehr? Was ist das Maschinengewehr? Oh, die kürze ich das ab. Entwarnung! Da waren wir zu schwach hier. Da waren wir zu schwach. Das ist normal. Merkwürdige Türen. Da geht's tief runter. Dieser Balken ist wohl der einzige Weg rüber. Dieser Balken? Ich glaub, da unten ist ein Seil. Okay, warte. Ich geh runter und werf's dir hoch. Das sieht irgendwie nach Tod aus, ja? Ich denke mal, wir gehen da nicht runter. Wir gehen hier in diesen roten Backstern runter. Ja. 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 Oh! Ja. Oh! 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 Mist! Okay, hier ist das Ei. Fang! Ich hab's! Okay, mir nach. Das würde ich nie im echten Leben machen, ja? Ich würde sowas dann einfach am Vorbeipurzeln. So, ganz leicht. Alternatives Ende. Oh, hier können wir was bewegen. Komm, hier rüber. Okay. Los, hilf mir. Wir drücken mal. Echt jetzt? Das Ding ist aus massivem Stein. Genau. Hey, wir können da raufklettern. Komm schon. Nie im Leben. Dennoch, wenn ich spiele. Besser als Teil 1. Vorsichtig. Wer weiß, wie alt die Bretter sind. Hey, ich hab ein Seil. Ich muss sagen, ich bin richtig beeindruckt, ja? Anstatt es zweimal hat richtig Spaß. Wie weißt du, wo lang? Verschlossen. Unmöglich, hier durchzukommen. Okay. Ich suche einen anderen Weg. Von der anderen Seite. Du wartest. Helena ist ja auch stark. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Leise. Okay. Geht klar. Weiß nicht, so mit leise sein haben wir es nicht so. Hier ist rot. Müssen wir also hier lang. Mit leise sein haben wir es nicht so. Puschen. Wollte ich ja gar nicht hin. Ich wollte dann in die Wand springen. Aber hat ja trotzdem geklappt. Oh Mist. Leise. Ja genau, so kopierig. Wir sind momentan im Tibet. Aber woher weißt du denn das? Hat er uns gehört? So hat er uns gesehen. Na gut. Das können wir es ja besser machen. Ich weiß nicht, warum wir uns gesehen haben. Aber wir sollen noch leise sein. Okay, den habe ich gesehen gerade da. Auf der Plattform. Aber wer hat uns gesehen hier? Wir waren hier auch irgendwo hier mitten hinter einer Wand. Haltet die Augen offen. Passt auf. Passt auf. Und sieht keiner, ja? Ist ja witzig. Wohin waren wir hinter einer Wand und hier wurden Insta gesehen. Ich weiß nicht, ob ich da runterkomme, ohne gesehen zu werden. ich weiß nicht, ob wir uns gesehen haben. Hochgucken. Wieso haben wir da nicht hochgeguckt? Die ganze Zeit sieht uns niemand. Und von ganz unten sieht uns jemand. Fangen wir nochmal. Bis dann. Cool. Gefällt mir schon besser. Sie da unten hatten uns gesehen. Aber er grüßt halt. Sei sehr. Okay, lassen wir mal, würde ich sagen, sieh mal rein. Ultrahart, du. Wo man echt jetzt nochmal... Was sind denn das für Checkpoints? Das könnte helfen. Wie geht's für heute? Das war's für heute. Auf hier ist es. Ich bin jemanden. Oh, okay. Das ist denn, ob wir hier sind. Ich bin jemanden. 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 ich glaube ich habe sie abbrechen oder ich kann sie abbrechen ich habe keine ahnung wo die alle sind keine ahnung wo die alle herkommen wo sind die ganzen gegner ich habe alle getötet überlegen wie viel ich schon so durch wie viel ich so heimlich getötet habe ja wo kommen die ganzen gegner her mit sicherheitsborn die im haus neu ohne witz ich habe da unten drei mit einer granate erledigt den einleicht vergessen das geht warten wir mal hier wie treffen die mich denn wie treffen die mich denn die auf einer granate getroffen werden als ohne deckung stehen ich glaube das war die das war das war das war das war ne ne bleib mal oben bleib mal oben hab ich gesagt hoch nein hoch hört ihr das findet sie ich möchte eigentlich elena reinlassen wir müssen ja diese treppe hier hoch kommen glaube ich nicht gerade leise ich habe ihn mit ich habe ihn mit ich habe ihn mit mit vielen gerechnet aber damit nicht ich sehe den Typen gar nicht wie der Panzerfaust also manchmal ist es mit den Deckungen ganz mies ganz mies um Mit Deckung! Radate! Rina! Los, weg! Alter Fall, da ja. Alter Falter. Wie schnell man tot ist, ja? Ja. Ja, jetzt geht's los. Hier kommt was! Los, weg! Los, weg! Wow ey, ich brauche Munition. Entdeckung! Alter Falter, du, ja? Alter, das gibt's ja wohl nicht. Überleg mal, wie viele ich schon getötet habe und da war nochmal eine ganze Horde da drin. Wollt ihr mich verarschen? Hier war alles tot. Zu viele Gegner, Leute. Hier ist ja so eine Stelle, da sind eindeutig zu viele Gegner. Vor allem laufen die Typen rum, die sind wie Rambo, ja? Hier sind wir leichte Beute. Hilf mir auf die Leiter! Ah, Mist! Das entschützen! Hier sind wir leichte Beute. Hilf mir auf die Leiter! Wo ist denn die Leiter? Mäuschen, wo ist die Leiter? Ich bin blind, Leute. Keiner muss auf den Leiter sie meinen. Jetzt sehen wir sie. Helena, komm schon! Hilf dir hoch! Vorsichtig da oben! Okay, hier. Komm schon! Ohne Scharfschützengewehr wird das nichts. No Scharfschützengewehr. No Scharfschützengewehr. No Schatz. Laser-Party, ja. Alter Falter, ey. Drei Schützen, ja. Wir können jetzt nicht auf. Die Schützen erwischen uns sofort. Da haben wir ein Scharpschützengewehr. Okay, wir wollen das Scharpschützengewehr haben. Da war ein UFO abgestürzt, oder? Okay, das war kein UFO. Okay. Ja. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay. Was mache ich denn da? Zielen. Dann schießen. Oh, oh. Sie sind auf der Brücke. Los geht's. Die nächste müssen wir die alles normal machen, also alles gut, Leute. Oh nein. Okay. Wie die Lemminge. Echt jetzt? Wie kommt der denn noch? Viel zu viele Gegner Leute, viel zu viele Gegner. Das ist too much. Ja, Miniatom haben wir. Der Kerl war tragend. Der mit der Bazooka. Da sind sie. Oh, dieser Drecksack. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen uns... Und weg ist sie. Und weg ist sie. Lauf! Lauf weiter! Lauf weiter! Ja. Und bei uns bricht es zusammen. Was ne scheiß Blöcke. Oh, und Kraft hat sie. Bei dir überquere ich keine Brücke mehr. Okay. Hat die Kraft, ja. Also... Ich glaube, ich kenne keine Frau, die einen Mann hochziehen könnte. Wir müssen die Türen öffnen. Okay. Na los, hilf mir mal. Oh. 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 Wo ist Schäfer? Ich weiß nicht. Sie halten ihn bestimmt da oben fest. Ja, doch istblock schnell. Na, ich launched wie lange lebt er denn? Los, weg!!! Wir werden sehen. Ja, genau gesehen, da waren sie spawnen. Das finde ich blöde. Ja, die sollen wir, wenn da bitte alle reinbringen, aber nicht immer alle nach und nach spawnen lassen. Das hört mir die Bazooka auf, für den Bazooka-Menschen. Hier ist irgendwann der Bazooka-Mensch, nach der Gruppe hier. Okay, wo spawnt der Bazooka-Mensch? Das ist die Gruppe, die jetzt neu spawnt, da hinten. Wo ist der Bazooka-Mann? Ich hab ihn gesehen. Okay, wir haben ihn. Nächste Gruppe. Okay, nur zwei Gruppen. Okay, drei Gruppen. Jetzt sind wir mitten in der Kacke, mitten im Spielfeld. Die kommen ja nicht mehr raus. Wo sind die Gegner hier? Ich seh nicht, wo sie gespawnt sind. Die bei uns? Ah, da hab ich's. Jetzt seh ich ihn. So, woher kommen die Strahlen? Jetzt hinter uns auch, oder was? Das ist eine Ratsache. Mist, dafür komm ich nicht. Wo bist du denn hier denn? Okay, Chefs. Okay. Ganz ehrlich, ja? Bataillon. Wie viele Leute haben wir da schon getötet? Gucken wir mal kurz mal hier. Also, insgesamt besiegte Feinde, 791. Ich glaube, das ist schon mehr als Power-Play-Harte. Ne, noch nicht ganz. Da fehlt noch ein bisschen. Alter Falter, Leute. Das geht gar nicht. Das geht wirklich gar nicht. Ich lerne mich kurz aus, ich schiebe mir trotzdem weiter. Aber egal, wie viele Leute haben wir nochט. Weil ich nicht da recht schien. Du hast uns kon orazken.